In diesem Video zeige ich dir das DMX Multitool für jeden VTler, den Swisson XMT 120A. Hallo und herzlich willkommen hier auf Stage 223, dem Portal für DJs und Veranstaltungstechniker. Mein Name ist Jan und ich zeige euch heute das DMX Multitool für jeden VTler, den Swisson XMT 120A. Ein wirkliches Around-Talent, mit dem ich wirklich DMX-Signale analysieren kann. Ich kann sie senden, ich kann sie empfangen. Das schauen wir uns aber gleich später noch im Detail an. Erstmal kommen wir nochmal zum Lieferumfang. Beim Lieferumfang ist natürlich einmal das Gerät selber enthalten, dann diese schicke tolle Tasche, wo man das Gerät entsprechend reinstecken kann und natürlich auch zwei Adapter für 3-polig auf 5-polig und natürlich auf der anderen Seite, weil der DMX-Tester bzw. das DMX Multitool natürlich professionelle 5-pol-DMX-Eingänge und Ausgänge hat. Und wie das jetzt genau aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben grundsätzlich erstmal ein sehr robustes Gehäuse, also ist auch wirklich für den Road-Attack bestens geeignet. Das ist hier so ein Metallgehäuse, was wirklich sehr robust und sehr wertig wirkt. Wir haben hier auf der Unterseite einmal 5-pol DMX-In und DMX-Out. Des Weiteren ist hier unten auch noch ein kleiner USB-Stecker, wo ich das Ganze dann auch mit dem Computer verbinden kann. Das heißt, ich habe am Computer auch die Möglichkeit, noch weitere Analyse-Tools zu fahren. Auf der Oberseite finden wir die Stromversorgung. Das Gerät läuft komplett über einen 9-Volt-Block-Akku und wird somit bestens mit Strom versorgt. Dann haben wir hier oben auf der Oberseite entsprechend ein Display, wo alle Informationen drin eingespeichert sind und ich alle Informationen konfigurieren kann. Dann haben wir hier oben als nächsten Knopf den Ein- und Ausschalter. Wir haben einmal hier die Möglichkeit, eine Hintergrundbeleuchtung einzuschalten. Auf dem Mode-Knopf wird dann letztendlich angezeigt, welchen Mode ich gerade auswählen möchte, beziehungsweise das ist quasi das Hauptmenü, mit dem ich dann auswählen kann, welche Funktion dieses Gerät natürlich entsprechend abliefern soll. Dann haben wir hier einmal den Enter-Button, den Zurück-Button und hier sind noch Channels. Da kommen wir aber gleich nochmal näher im Detail drauf. So, wir haben dann hier die Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen, Receive DMX. Das heißt, ich habe jetzt gerade mal im Hintergrund ein kleines Test-Setup aufgebaut, wo wir einfach DMX-Signale empfangen. Dann klicke ich hier einfach mal drauf und dann sehen wir hier schon, dass auf Kanal 1 da schon ein Farbverlauf drüber läuft und sehen hier, wie das Level hoch und runter geht. Ich habe aber auch hier die Möglichkeit, nochmal einzugreifen und dann auch unterschiedliche Values auszuwählen. Das kann ich entweder hier auf dieser Seite machen oder hier einzeln mit den Kanälen. Dazu müssen wir aber erstmal zurück wechseln in die Sektion mit Send DMX. Das Gerät kann nämlich auch DMX senden. Das heißt, ich kann hier einfach einstellen, welcher DMX-Value auf Kanal 1 eingestellt werden soll. Also kann ich sagen 0, 50% oder 100%. Ich kann das Ganze aber auch wahlweise einzeln hier über diesen Plus-Minus-Button steuern und dann wirklich immer genau das Level durchgeben, was ich brauche und kann natürlich auch wählen, okay, Channel 1, Channel 2. So kann ich natürlich zum Beispiel bei Moving Heads erstmal alle Funktionen ohne Probleme durchtesten und muss das halt nicht umständlich am Display machen. So, dann gehe ich wieder zurück auf den Mode-Button. Dann haben wir als nächste Funktion, nachdem wir sagen, okay, wir können DMX-Value Signale empfangen, diese natürlich dann auch analysieren und dann auch senden, haben wir den Kabeltester. Das heißt, ich kann einmal durchchecken, ist denn überhaupt alles hier richtig angeschlossen, sowohl im In und Out. Das heißt, man kann auch wunderbar checken, ob auch alle Kabel hier okay sind. Der nächste Mode wäre der Channel Tracer. Wenn ich den mal anwähle, kann man sehen, was auf den einzelnen Kanälen für Values oder für Werte gerade abgerufen werden. Wir sind jetzt gerade auf Channel 2. Ich kann zum Beispiel auf Channel 1 wechseln und dann sehen wir hier durch diesen Lauflicht-Effekt, den ich hier gerade habe oder diesen Rainbow-Effekt, werden halt hier die Channel 1 immer hoch und runter gefahren. Channel 1, 2 und 3 und das wird mir hier halt entsprechend angezeigt. Ich habe hier oben in der Ecke auch die Anzeige, ob die DMX-Leitung okay ist und ob es da irgendwelche Probleme gibt oder ob das DMX-Signal vielleicht auch zu schwach ist. Das zeigt mir der Swisson auf jeden Fall hier auch wunderbar an. Dann gehen wir wieder zurück ins Menü. Da haben wir auch noch hier den Flicker-Finder. Da kann ich dann auch sehen, ist in meiner DMX-Kette irgendwas nicht richtig eingestellt. Kann dann hier auch entsprechend meinen Scan fahren und einfach hier mal auf Start drücken und dann checkt er halt, ob es irgendwelche Fehler in der DMX-Kette gibt. Und gibt mir das natürlich dann auch entsprechend hier in den Bericht zurück und ist auf jeden Fall eine ganz gute Geschichte. Als nächsten Punkt haben wir hier noch die Sequence. Da habe ich auch die Möglichkeit, mir eigene Szenen einzuspeichern. Das heißt, ich kann mir wirklich ein Standard-Preset bauen, wo ich sage, pass auf, alle Moving Heads sollen einmal durchgetestet werden mit dieser Standard-Szene, ob das alles funktioniert. Und kann mir dann hier quasi sagen, ich möchte hier eine Szene abspielen, die ich natürlich vorher entsprechend konfiguriert habe. und kann diese wunderbar abfahren und kann somit auch testen, was diese Moving Heads auch können, beziehungsweise ob alles okay ist. Ich kann natürlich die Szenen auch editieren oder die Sequenzen und diese natürlich auch entsprechend löschen. Unter dem Menüpunkt Timings kann ich mir auch nochmal ein paar Informationen anzeigen lassen, wie zum Beispiel die Refresh-Rate oder die Break-Länge. Das sind alles Informationen, die ich vielleicht brauche, um halt gewisse Fehleranalyse zu betreiben. Und das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz cooles Tool, mit dem ich das wirklich sehr, sehr professionell und wirklich auch sehr detailliert machen kann. Und unterstützt mich natürlich im VTler-Alltag sehr gut, wenn ich wirklich auf Fehlersuche bin und quasi gerade auf einer Produktion und nicht wirklich viele Möglichkeiten habe, da irgendwas groß durchzuchecken. Dann ist dieses kleine DMX-Multi-Tool echt ein Alleskönner. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, wie dieses Swisson-Tool funktioniert. Und seid damit natürlich auch viel besser gewappnet auf euren Jobs, die ihr als VTler habt. Solltet ihr noch weitere Informationen zu dem Swisson benötigen, könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung schauen. Da haben wir euch alle wichtigen Informationen nochmal zusammengefasst. Des Weiteren würde ich mich freuen, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonnieren würdet und natürlich einmal die Glocke läuten würdet. Und ich möchte gerne mal von euch wissen, nutzt ihr so welche Tools bereits oder welche anderen Tools nutzt ihr noch, um unterwegs im World-Alltag bestimmte Sachen zu analysieren oder auch Fehleranalyse zu betreiben? Schreibt das gerne mal unter das Video in die Kommentare. Würde ich mich echt mal über eine rege Diskussion freuen beziehungsweise auch mal freuen, welche Tools ihr dann noch so alle einsetzt und was es da draußen halt noch so alles gibt. Wie immer am Ende sage ich Practice and Enjoy! Sohle